Geht. Was ist da nicht für die FFAR? Sturmgewehr markiert. Oder wäre sie auch... Kopf geschaltet, gut gemacht. Ich bin die nächste, vielleicht. Kopfgeldauftrag identifiziert. Das Missionziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Boah. Dann weißt du, dass wir in der Nähe keiner... Einer landen. Gefand. Hier. Wieso? Abziehen. Achtung! Feindliches Team verfolgt deine Position. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Achtung! Das ist Kiloftrock. Ah, der Kiloftrock... Der Kiloftrock... Na, ich stehe ihren Fahrzeug! LKW kommt in die nächste Richtung, oder? Ja. Ich könnte zu dem gehört haben, der mir gelandet ist. Alter, wir haben mich verarscht, Mann. Ist keiner drauf? Nein. Der wollte nur gucken. Ich glaube eher, wir waren orange. Ich glaube eher, er wollte ihn überfahren. Alter, er wollte ja dich überfahren, oder? Er hat mich nicht erwischt. Check. Warte. Den Schiebricht. Er hat den Karo. Tot. Tot, tot. Ich hab ihn aus seinem LKW rausgeschossen mit dem Teller. Ach so, doch. Das war nicht mein Kopf, gell? Nein. Nein, nein. Äh... Wau, gerade? Ja. Hast du noch Platz? Also hast du Drohne, oder PC, oder irgendwas? Äh, nein, ich hab gar nichts. Warte, dann nimm mal ein PC mit, ich kauf eine Drohne. Machst du sie nicht gleich auf? Noch nicht. Okay. Ausrüstung markiert. Möchtest du mit der Hatschule? Ja. Ich hab' das schon wieder raus. Ja, ja. Ich hab' das ja weg. Ja, ich hab' das noch nicht gemacht. Ich hab' das jetzt hier oben. Ja. Ja. Ich hab' das hier oben. Ja, ich hab' das hier oben. Ja. Ich hab' das hier oben. hier will er kommt ein bisschen was verbündete drohne ist denn der luft radarsuche wird entweder haben sie geistert oder bisschen die hier feindliche drohne über uns bei einem laufen bei uns haben wir sagen du bist auch bei uns ja ich bin nicht durch das ist ja nicht und wenn wir uns die runde in die falsche richtung bist du gelaufen immer noch von dem fenster ich habe ihn geschickt weg er springt runter aktivität man kann man kurz hineingelebt man stark jungs mann gasmaske braucht jemand eine gasmaske noch ein drehzielungschlag ausrüstung markiert ich habe Das ist das Gute, dass du in einem anderen Gebäude warst. Wir haben uns gar nicht gesehen. Aber dann war das doch der auf dem Radar, ein anderer oder nicht? Das war ein anderer, ja. Da, wo holen sie? Da kommt der Drop. Auf der linker Seite. Da kommt der Baumland raus. Der erste hier vorne. Der Händler ist hier. Ich bin jetzt auch bei euch. Da landet einer. Hab ein Ziel markiert. Ich bin bei Ramosanagi. Okay. Okay. Das war's called. Das war's called. Ich bin bei Ramosanagi. Ich bin bei Ramosanagi. Ich bin bei Ramosanagi. Ich bin bei Ramosanagi. Das war's. Ich habe ihn schon. Ich habe ihn schon. Da ist noch einer oben, Alter. Bei uns sind noch welche. Wir kommen. Ich habe ihn. 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 Das hat ihm ausgelasht, glaube ich, gell? Ja. Oli, wenn du willst, heute mal Drohne. Schau Auto vor uns. Er ist bei eurem Gebäude vorbei. Der ist vielleicht einmal in der Panzerung. Dann haupt die Drohne, Jungs. Feindliche Drohne über uns. Wir haben Aufklärung online. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Hinter uns. Koordinaten erhalten. Der kommt Richtung Einkaufswagen, oder? Er müsste. Er müsste gleich vor euch sein. Hat auch nichts. Der ist in der Fabrik jetzt. Ja, der ist nach rechts hinter die Garagen, oder? Nein, nach links, nach links. Ich habe ihn. Ich habe ihn nicht mehr ausgelöscht. Aber eliminiert, oder? Ja. Sir, ich stehe hier im Fahrzeug. Ich habe ihn nicht mehr ausgelöscht. Aber oben ist die Maus gelöscht. Aber oben ist die Maus gelöscht. Aber oben ist die Maus gelöscht, oder? Aber oben ist die Maus gelöscht, oder? Am Zonenrand fährt ein Auto, oder? Am Zonenrand fährt ein Auto, oder? Wie sieht das hier rechts? Wie sieht das hier rechts? Kommt das? Die verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Das Gas kommt her. Neue Sicherheitsfunktionen werden machen wir. Warten die Drohne über uns. Da oben ist der König. Der geht zum Auto. Alles klar, verdammt. Geschafft. Der ist im Auto. Das habe ich aufgemacht gerade. Geh hier rein. Nehme neue Position ein. Ich flieh doch, Ich zieh los. Ja, was willst du? Wollen wir den holen? Ja, hast du jemand? Ja, ich geh schnell. Ich komm nicht. Der ist vorsichtig. Ich brauche auch ein bisschen Munition. Kopfgeld zielgesichtet. Schnappt es euch. Das ist der König. Meins. Ich geh jetzt. Ja, Mann. Ich bin jetzt gespannt, ob die Zone für oder gegenwünscht. Schauen wir mal. Ich glaube, wir werden noch drin bleiben. Egal, was es ist. Ich weiß, wir irritieren nicht diese Grafik. LKW kommt. Königsauftrage, der wird angeschossen. Oh, das ist ein besonderes Militär-Til, gell? Schieb-Rack. Schieb-Rack, besser gesagt, die Schieb-Rack. Wenn er nicht weiterfährt. Er nimmt den anderen nicht mehr. Wo sind sie? Den. Einer ist kaputt gegangen. Den Typen sehe ich. Nein, nein. Ich höre auch niemanden. Hat das denn viel ins Haus geschafft? Aber wo denn? Wo gehen wir? Letzter Einsatz wird vorbereitet. Dein Fenster schließt sich schnell. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Halt! Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Schau mal, wenn wir es wollen, kommt es nicht. Ich sehe das nicht. Ui. Habt ihr gehört? Über euch ist einer gelandet. Ja, der ist auf dem Dach gelandet, die Ausrüstung. Rechts ist nur unser Drop gefallen. Da ist nichts anderes drunter. Alter, der ist unten rein. Schau, der König, der hat seine Kollegen aufgeholt. Ganz kurz, ganz kurz, mal auf den Kanal. Ich habe ihn. Aktivität! Ganz stark. Der Killauftrag kommt näher. Schau, da oben sind sie. Die kommen. Nein, der geht wieder zurück. Schau, da oben sind sie. Schau, da oben sind sie. Schau, da oben sind sie. Der hinter uns muss auch noch sein, der da, dem LKW kommt. Alles klar, hey. Knoblauge? gesehen wobei die markierung richtung aber ich glaube die kommen in unsere richtung einer ist bei uns vorhin hinten die lkw gekommen aber wo der hin ist wissen wir nicht 4 gegen 3 das sind die vor uns ich hole noch eine drohne oder kann ich gar nicht das gas leitet sich aus sicherheit die markierung sind sie der markierung ich habe ein chaot wo die haben gerade noch einen geholt jetzt aktivität prezi prezi kannst du noch einen schick da hin der luftraum ist voll ich habe ihn geschickt Die sind, okay, bei den Markierungen sind die, genau, und einen haben wir da getötet. Leute, ich kann das gar nicht markieren. Da ist einer gelaufen, hier, links. Rücke vor. Läuft er. Unter dem Traktor. Unterwegs. Zielgebiet, wir sind in der Sicherheitsdauer. Ich hab nochmal Dinge hingeschickt. Laufsage, Warnflug. Oli, geh zur Polizei stoppen, oder? Ja, ja. Aber ich hab ihn gestoppt. Er kommt nicht mehr zu dir. Du kannst wiederbeleben. Hier. Aktivität. Alter, da ist einer, gell? Hier. Ich hab ihn nicht mehr zu dir. Ich hab ihn nicht mehr zu dir. Ja. Ich weiß, rechts, der flankiert dich. Schau auf rechts. Von dir. Er ist bei mir drin. Ich hab ein Schildfeld. Alter, ich hab ihn gehofft. Einen ist an. Da ist ein Schildfeld. Alter, mich schiebt noch einer an. Okay. Am Munitionslager. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitsdauer. Der verlegt seine Kollegen wieder dort. Ich weiß nicht, ich hab ein Schildfeld gesetzt. Aber, ja, ja, der... Das Problem ist, dass der mich von Munitionslager anschießt. Wow. Stabil, Leute. Einer ist bei mir drin. Oh, das hier. Hier. Alter, jetzt noch bei mir. Jetzt noch bei mir. Ich hab einen mitgenommen. Olli, hinter dir kommt einer gleich. Hinter mir. Die sind aber zu zweit noch. Die sind an den Holzdingern. Im Lumba drin. Okay. Sind weiter rechts. Weiter rechts an der Mauer sind. Die sind genau da. Es waren noch fünf übrig. Schade. Aber stark. Alter, ich hab ihn gehofft. Ich hab ihn gehofft. Ich hab ihn gehofft. Ich hab echt nicht gecheckt, dass noch so viele da sind. Ich hab zwei da hinten gekriegt.